Grüß Gott, ich will mal ein aussortiert Video machen. Ich habe gerade vorher das Thumbnail gemacht und ich hoffe, dass mir da nichts weggeflogen ist, indem ich das Gefühl mir fehligen war. Ich bin mir nicht sicher. Ja, fangen wir doch gleich mal an, weil es ist schon ein bisschen was, was ich halt entweder wegschmeiß oder weggebe, weil ich nicht so einen wirklichen Nutzen habe. So wie das hier. Ich habe das jahrelang jetzt schon in meinem Besitz und ich werde das einfach der Linn schenken. Das ist so ein Glitzerpuder. Ich habe jetzt schon die kleinen aufgehoben, um mir die so über den Lidschatten zu geben und ich glaube, das reicht. Deswegen gebe ich das große der Linn und sie kann es ja zur Halloween oder so benutzen. Den werde ich auch wegschmeißen müssen, weil der ist mir ausgetrocknet. Der ist mir ausgetrocknet. Den habe ich versucht zu benutzen als Creme-Highlighter noch eine Zeit lang, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es hat wirklich nicht funktioniert. Der war einfach kaputt. Also der ist kaputt. Der ist komplett ausgetrocknet und wenn ich ihn versuche zu verblenden mit dem Finger, tut sich da leider gar nichts. Und man sieht auch, wie sehr der ausgetrocknet ist, leider. Also den werde ich auf jeden Fall entsorgen. Was ich noch alles entsorgen, außer die da, ein paar Mascaras habe ich auch aussodiert und einen Glitter-Eyeliner, weil der leider auch nicht mehr das macht, was er mal soll, leider. Der ist auch ausgetrocknet. Finde ich mega schade, dass die so schnell ausgetrocknen. Ich bin auch immer überlegen, man sieht sie auch, da kommt nichts mehr raus. Ich hoffe, man sieht es. Da kommt nichts mehr raus. Der war mal von einer Deko von so einer Weihnachtskollektion. Finde ich echt schade, dass der so ausgetrocknet ist. Was mir noch ausgetrocknet sind, sind ganz viele Mascaras. Bis auf die hier, die werde ich da Linn schenken, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die das Ergebnis bringt, was ich will. Also Essence-Mascaras bringen mir eindeutig gar nichts. Wirklich nicht. Also Essence-Mascaras gehen bei mir gar nicht. Die sind mir ausgetrocknet. Das ist einmal so eine blitzblaue von Maybelline. Die hat mir nichts mehr auf die Wimpern dann. Sie schaut da zwar noch funktionsfähig aus, aber sie ist leider ausgetrocknet. Finde ich urschade, weil ich liebe blaue Mascara. Dann, oh Gott, ich werde das da reinschmeißen, weil sonst fliegt mir da alles um die Ohren. Noch zwei Mascaras, die ich aussodiere, die habe ich vor kurzem erst verwendet. Die habe ich auch in dem Live-Video auf Instagram benutzt. Das ist eine, also zwei von Maybelline. Einmal diese Falsi Slash Lift Ultra Black. Die werde ich aussodieren. Und einmal die Snap-Scara von Maybelline ebenso. Die fand ich gut, aber sie trocknet halt auch extrem schnell aus. Also man kriegt da nichts mehr auf die Wimpern. Ich habe sie noch oben heute, aber man kriegt da nichts auf die Wimpern. Und da denke ich mir immer so, nein. Was ich noch entsorgen werde, sind die Magnet-Lashes, weil die nicht mehr am Auge halten. Bei den Wimpern, ich habe ja aufgehört, sie zu benutzen, aber bei den Wimpern ist halt das Problem, dass sie nach einer Zeit einfach nicht mehr auf dem Auge halten. Da muss man ein Stückchen wegschneiden. Und irgendwann kann man nichts mehr von der Wimper wegschneiden. Deswegen, ja, wenn man sie einen Monat durchgehend benutzt, hat man schon gemerkt, dass sie nach einer Zeit einfach nicht mehr halten. Und das finde ich schade. Nach einem Monat benutzen, das finde ich ein bisschen wenig. Einen Beauty-Blender, beziehungsweise einen Real Techniques-Sponge misse ich aus, weil da hat er lauter Risse. Die reißen bei mir so schnell, komischerweise, was ich nicht verstehe. Das werde ich auch weghauen, weil das habe ich schon viel zu lange offen. Das war so ein, ich glaube, für das Nagellack schnell trocknen, wenn das so Tropfen. Denn der hat sich auch schon so ein bisschen verfärbt. Also es ist nicht mehr klar, sondern eher so milchig. Und deswegen kommt der weg. Die muss ich leider auch entsorgen, weil die kann man nicht mehr schütteln, dass sie sich verbinden ineinander. Also nicht mehr richtig zumindest. Also man sieht es eh, die wollen irgendwie nicht mehr. Und die sind doch sehr arg flüssig. Also ich weiß nicht, ob ich Staline, vielleicht gibt es die so als probieren. Aber ich glaube, ich hau die lieber weg. Weil die sind doch schon sehr, sehr alt. Ich bin der L.E. damals so hinterher grennt. Voll umsonst eigentlich, weil ich habe mir da damals alle gekauft. Da gab es einen gelben. Das war diese Blossoms etc. L.E. Ich hasse es heute. Da habe ich mir alle Farben gekauft. Alle. Ich weiß nicht, ob ich die der L.E. gibt. Soll es probieren. Und wenn es gar nicht geht, habe ich nämlich noch eine Mascara dieselbe, weil ich eben so unzufrieden mit der war. Das habe ich ja von der Vivi gerichtet. Ich habe das auch brav benutzt. Das ist die Hälfte weg gewesen. Und jetzt riecht das aber komisch. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum ich das da reingeben habe. Aber es riecht urkomisch. Es riecht extrem komisch. Und das finde ich echt schade. Ich habe das sehr gerne benutzt. Das war noch von P2 damals. Mit so Blüten drinnen. Ich habe das echt gut benutzt. Es hätten natürlich noch mehr sein können. Aber ich habe das echt gut verwendet. Und leider stinkt das. Was ich noch wegschmeiße, ist so ein Nagellackentferner. Das war so für Glitzer-Nagellack. Der ist total austrocknet. Das war so eine Probegröße. Kann man leider nicht mehr benutzen. Was noch ausgetrocknet ist, wo ich mega traurig bin, ist mein Inglot-Eyeliner. Den habe ich versucht aufzubrauchen. Er ist auch gut leer worden. Ich habe ihn aber nicht als Eyeliner benutzt, sondern ich habe das so als Creme-Lidschatten verwendet. Und der ist einfach dafür zu trocken. Das geht nicht mehr. Ich habe ihn aber gut benutzt, wie man sieht. Also ich habe den schön brav versucht, leer zu machen. Inglot gibt es ja bei uns leider nicht mehr. Sonst würde ich mir den nachkaufen. Aber das gibt es leider nicht mehr. Diese zwei kleinen Make-up-Schwämmchen haue ich auch weg, weil die braucht kein Mensch irgendwie. Irgendwie war das so ein Impuls-Kauf. Und ich finde die echt unnötig. Ich benutze das nie für die Augen extra. Deswegen weg damit. Den Spitzer von Essenz werde ich wegschmeißen, weil nach einer Zeit spitzen die nicht mehr so. Und ich glaube, dass diese Spitzmine da so ein bisschen rausgebrochen ist und mir da und die Stifte abbricht. Deswegen kommt er auch im Mist. Was noch wegkommt, ist von Cadia Vera. Das habe ich fast auch aufgebraucht, aber es ist noch immer was leer. Also es ist noch... Langsam fahren. Es ist noch immer was drin und ich kriege es nicht leer, weil da ist so ein Fropfen drinnen und ich kriege da nichts mehr raus. Leider. Und es ist aber noch was drinnen. Es ist noch genug drinnen. Und ich kriege das leider nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Was ich noch wegschmeißen will, ist so ein depotteter Mecklippenstift. Das war der Cindy damals. Den werde ich auch weghauen, weil ich benutze sowas nicht. Und der ist eh schon so alt. Ja, einen Nagelkleber werde ich wegschmeißen. Der kriege ich nämlich nicht mehr auf. Super, das habe ich ihn irgendwo hingefetzt. Finde ich ganz toll. Die Kiste sollte ich auch mal sauber machen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich das mal machen würde. Ein paar Sachen habe ich noch. Dann ist es wieder vorbei. Einen Lippenstift habe ich da von Sleek. Den mag ich aber überhaupt nicht. Und der ist schon komplett staubig. Und kaputt. Und ich mag die Farbe sowieso nicht. Ich habe den irgendwann einmal, glaube ich, zu Weihnachten gekriegt. Und ich werde den einfach entsorgen. Dann habe ich dann noch ein paar Nagellacke. Die gebe ich auch der Linz. Ich soll es probieren, ob die noch funktionieren. Wenn nicht, soll es dann auch wegschmeißen. Einen Wimpernkleber habe ich auch. Den werde ich aber, glaube ich, wem schenken. Wenn sie den will. Weil ich brauche keinen Wimpernkleber. Ich klebe mir keine Wimpern auf. Also gebe ich ihn weg. Und ich weiß gar nicht, warum ich den aussortiert habe. Aber okay. Einen Mac Lippenstift habe ich leider auch wieder aussortiert. Weil der auch wieder so stinkt. Leider wie die anderen. Und ich finde das schade, weil das war von einer Limited Edition. Aber was soll ich machen? Ich habe davon jetzt noch ein Rouge. Was soll ich machen? Man kann es sich nicht aussuchen. Ich finde die Farbe wohl schön. Aber ja. Ich habe ja genug Mac Lippenstifte noch. Der kommt aber in die Back to Mac Kiste. Den werde ich nicht wegschmeißen. Sondern den gebe ich in die Back to Mac Kiste. Was ich wirklich schade finde. Ich habe den nur ein paar Mal verwendet. Man sieht es eh. Ich traue immer den Mac Lippenstiften so hinterher. Weil das finde ich echt schade, dass der so schnell kaputt gegangen ist. Weil ich habe den kaum benutzt. Kapiere ich ihn wieder nicht. Ja. Das war es. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn... Ich muss da gerade beim Computer was drücken. Auch wenn das ein bisschen kurz war jetzt. Aber ich wollte die Sachen unbedingt schon loswerden und wegschmeißen. Weil ich glaube, dass da demnächst noch ein paar Sachen dazukommen werden. Und deswegen... Ja. Wollte ich das mal euch zeigen. Weil das wurde echt schon mal Zeit, würde ich sagen. Und dann kann ich die Sachen für die Lin auch schon wieder zusammensammeln. Dann ist das auch wieder erledigt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn es relativ kurz war. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye. 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 Bye.